In ein paar Wochen bin ich in Wien zusammen mit Conor und wir haben einen Kurs, einen speziellen Kurs, verführerische Leidenschaft. Ist das denn verboten? Bist du bereit, deine Wirklichkeit zu kreieren? Bist du bereit, viel Spaß zu haben? Bist du bereit, einfach mit allen zu flirten? Und liebst du diese sinnliche Energie? Liebst du es, dafür zu werden? Liebst du auch eingeladen zu werden in ganz andere Energien, wo es total magisch ist? Wo es keine Barrieren gibt? Wo du eigentlich sehr nähernd bist mit Menschen? Ständig? Wo du auch dieses Sexualness ständig spürst? Egal wo du bist, ob du mit Menschen bist, in der Natur, mit Tieren? Wo dein Körper total vibriert, orgasmisch wird? Es ist eigentlich verboten, so viel Spaß mit deinem Körper zu haben. In dieser Welt sind nicht sehr viele Leute, die es leben. Umso schnell kann man es auch verändern. Denn du kannst es wirklich in deinem Leben leben. Mit deinem Körper. Jede Selle von deinem Körper kann total lebendig, orgasmisch, verführerisch sein. Ganz sinnlich sein. Wärst du bereit, mit dir selbst selbst zu sein? Und was würde passieren, wenn du es auch bereit wärst, mit anderen Menschen zu sein? Ich weiß jetzt ein bisschen, das ist ein anderer Kurz. Es wird heiß werden. Wir werden auf jeden Fall mit Energien platten. Wir werden wahrscheinlich einige der Tools und Access in Action benutzen und schauen, was passiert, wenn man mit jemandem flirtet. Was passiert, wenn man orgasmisch bereit ist zu sein? Wie viele Veränderungen bist du bereit zu empfangen? Wie viele Veränderungen bist du bereit zu kreieren? Und bist du bereit, in der Welt rumzulaufen und energetisch jeden zu verändern, der da ist, der vor dir steht? Nicht einfach, weil du anders bist. Ich freue mich. Ich freue mich auf ihn. Es ist im Dezember. Du findest es auf der Access-Seite. Und ich denke, es ist 9. bis 11. Dezember. Und gerade jetzt ist es so wahnsinnig spaßig in meinem Körper. Es ist heiß. Es ist zubiert. Es ist einfach glücklich. Wie magisch bist du bereit zu sein? Wie viel Spaß bist du bereit zu haben? Und wie viel bist du bereit zu flatten? Und alles in deinem Leben zu kreieren, was du haben möchtest? Bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.